Heute ist so ein schöner Tag, die Sonne scheint, ich habe voll Bock zu fahren. Große Thunfisch ohne Zwiebeln, extra Käse, Knoblauch und Schafbitte. Auf der rechten Seite befindet sich die Kathedrale, wie ihr seht. Die wurde irgendwann erbaut, ich weiß es nicht wann. Könnt ihr im Internet googeln? Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Bussimulator. Ich bin KG und wir sind bei den neuen Missionszielen. Kommen wir zum Geschäft. Etabliere eine Sightseeing-Strecke, welche die Kathedrale enthält und optimiere dein Streckennetz, um die öffentlichen Verkehrsmittel stadtweit zu verbessern. Ja, wie ihr seht, die Kathedrale ist schon freigeschaltet. Das liegt daran, dass ich in der Aufnahmepause ein bisschen aktiv war. Und für die Kathedrale brauchten wir insgesamt sechs Erdgasbusse. Ich hatte noch, also ich hatte schon drei. Ich habe mir noch drei gekauft zusätzlich. Ja, und dann war die Kathedrale auch frei. In der letzten Folge mussten wir die Level-As-Fahrer auf die beiden Strecken verteilen. Das heißt aber nicht eine pro Strecke, sondern zwei Fahrer pro Strecke. Ich habe es leider falsch gelesen und irgendwann bin ich drauf gekommen. Habe dann schnurstracks die Fahrer da drauf besetzt. Und nun ja, ich brauchte dann nur noch einmal fahren und dann waren die Missionsziele durch. Und wir sind jetzt bei den neun. Also ihr habt nichts großartig verpasst seit der letzten Folge. Es geht hier weiter direkt. Ja, ich habe hier diese Strecke schon mal vorbereitet. Ich habe es schon mal ein bisschen rumgetüftelt, weil das war auch gar nicht mal so einfach. Ich hoffe, das klappt hier. Wir mussten auch vier Fahrer draufsetzen mit vier Bussen. Allerdings mit normalen Bussen, weil Gelenkbusse und anderweitige, große, werden wir leider nicht nehmen. Weil die Straßen sind ein bisschen eng. Ja, ich würde mal sagen, wir fahren diese Strecke hier. Also die geht los vom St. Polus Inn bis zum zentralen Omnibusbahnhof. Und ihr seht schon hier, wo die Haltestellen mit dem I gekennzeichnet sind. Da sind wahrscheinlich so Sightseeing-Haltestellen. Ja, ich denke mal, wir werden direkt losbrettern. Und nun sind wir in der Bus-Auswahl und ich habe mich für den Cetaro K entschieden. Ihr seht schon im Hintergrund, ich habe eins von den neuen Add-ons, von den Interieurs, reingepackt. Die Blasen, da werde ich euch aber gleich mal zeigen, wie das von innen aussieht. Ja, wir fahren zufällig und alles andere ist so wie gehabt. Und dann lasst uns mal losbügeln. So, ihr seht schon, wir sind in einer Innenstraße. Sieht schon ganz nett aus, finde ich. Ja, Vorwärtsgang rein und dann können wir eigentlich auch direkt los. So. Das ist schon die erste Haltestelle. Uiuiuiui. So. Einen schönen guten Morgen, meine Freunde. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Aber sicher doch. Heute ist so ein schöner Tag. Die Sonne scheint. Ich habe voll Bock zu fahren. 8,20 Euro zurück. Danke. Bitteschön. So, Freunde, jetzt zeige ich euch mal den Innenraum hier. Ihr seht schon. Also ich finde das auf jeden Fall nice mit den neuen Interieurs-Sachen hier. Wie gesagt, Sitze und Bodenbelag kann man ändern. Es sind glaube ich nur drei Stück, die man ändern kann. Jeweils für Mercedes-Busse und für die MANs. Ich hoffe, es wird bald noch mehr kommen. Und kleine Neuigkeit am Dienstag. Soweit ich weiß, erscheinen drei neue MAN-Busse. Da werde ich auch noch ein Video zu machen. Und dann schauen wir mal. Weil ich habe schon mal zwei, drei Screenshots gesehen von den neuen Bussen. Und die sehen schon geil aus. So, jetzt ist das mit dem Navi hier ein bisschen komisch. Ich muss mal schauen, wie wir hier herfahren. Ich glaube, die nächste links. Oder? Wir müssen... Ach, das ist doch verflickst hier ein bisschen. So. Ah, halt. Boah. Uiuiui. Was sieht dir das an? Ist das nicht wunderschön? Den habe ich nicht gesehen. Hier müssen wir noch nicht halten. Wir fahren erst mal einmal rum. Das Blöde ist, man sieht im Navi, äh, selbst manchmal nicht, äh, wo man lang muss. Wenn ihr nur die Idee habt, wie man das ändern kann im Navi, ob, äh, da es Optionen gibt, wo man vielleicht irgendwas ausstellen kann. Und das wäre mal echt hilfreich. Dann schreibt es mir in die Kommentare. So, zweite St. Paulus Inn. Ich glaube, dann müssen wir, ähm, rechts wieder rum. Und dann... Ah, ah, das kriegen wir schon hin. Sieht auf jeden Fall echt geil hier aus. In welchem Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen hat. Ja, klar. Superheldenfilm? Welchen denn? Ich stehe voll auf Superheldenfilme. Oh, da war aber knapp im Hintergrund da. Mit dem, äh... Ich weiß nicht, was das war. Müllcontainer oder so? So, äh, jetzt ist die Frage... Nein, mein Akku ist schon wieder leer. Ist geradeaus eine Haltestelle oder rechts? Nee, rechts können wir gar nicht rein. Stimmt. Das, äh, ist eine Einbahnstraße. Dann muss hier irgendwo eine Haltestelle jetzt sein. So. Äh, wir gucken mal. Rechts. Fangen wir mal ein Stückchen vor. Ein bisschen verzwickt hier alles. Ich glaube, da vorne ist eine Haltestelle. Ich glaube, wir müssen auch, äh, rechts direkt rum. Ähm, fahren wir mal. He. Das ist echt verteufelt hier. So. Moin, Leute. Ich hoffe, ich bin pünktlich. Nein, ich bin natürlich nicht pünktlich. Weil, äh, eine Minute 50. Ja, ich... Ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen zu spät dran. Ja, wie? Ich brauche eine Fahrkarte. Drei... Zwei oder drei Stück haben nicht bezahlt. Na, wartet, Leute. Werde ich direkt bei mir mal Fahrkartenkontrolle machen. Danke. So. Hier, bitte. Moin. Fahrkarte, bitte. Aber zügig. Wir sind eh schon, äh, im Zeitdruck. Haha. Hab ich gewusst, ja. Siehst du? Na klar. Nee, 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 nee. Dass die Leute das auch nicht linnern. Na, na. Ja. Ist kleines Zusatzgeld für uns. Und jetzt geht's weiter. Boah, ich hoffe, die Strecke wird gezählt, die ich gebaut hab da. Weil da hab ich auch schon öfters Probleme gehabt. Wo ich eine Strecke gebaut hab und dann, äh, wurde die nicht gezählt, weil sie falsch war. Aber da müssen wir durch. Ehh. So. Da sind wir. Ja, jetzt haben wir, äh, etwas Zeit aufgeholt. Ja, mir auch nicht, aber ich muss euch trotzdem kutschieren hier. Eine Fahrkarte. Danke. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Einen Tag, Standard, drei Stück. Oh, jejeje. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, auch noch. Oh, gut, da können wir froh sein. Dort heute nicht, ähm, naja, jetzt hab ich zu viel rausgegeben. Nationaler Feiertag ist oder so. Und dann hätten wir echt hier mit dem Zitaro-Kar ein bisschen Schwierigkeiten, alle Personen zu befördern. Hast du gestern das Konzert im alten Sägewerk gesehen? Ja, das hab ich gesehen. Haben die Leute echt übel abgerockt. Ich glaub, da werd ich auch mal hin demnächst. Im alten Sägewerk. Mir richtig schön einen hinter dem Binsen kippen. Aber nicht danach fahren. Und Drink and Drive, Leute. Ja. So. Hello again. Eine Fahrkarte, bitte. Ich sag es immer wieder. Hello again. So, Student. Jawohl. Ach, haben wir einen Rollstuhlfahrer, seh ich gerade. Ja, einen Moment. Ich muss hier, äh, erstmal meine anderen Leute abfrühstücken. Ja, zu viel. Kommen die 20 Cent da? So, machen wir mal die Rampe raus hier. Feststellbremse. Ähm. So, wo war die Rampe hier bei diesem Bus? Da. Muss den Knopf gedrückt halten, ne? So. Komm rein. Direkt wieder zumachen. Die Zeit arbeitet gegen uns. Ihr seht schon. Minus halbe Minute. Müssen wir ein bisschen Gas geben. Rechts. Einmal Straße hier. Ja, ich denke. Boah. Einmal rum. Ja, die Straßen sind sehr eng. Jetzt weiß ich auch, warum, äh, wir hier nicht fahren können mit großen Bussen. Da hätten wir echt arge Probleme, hier überhaupt, äh, rumzukommen. Und nicht ganze Autos zu berühren. So. Ich denke mal, äh, ich vermute, wieder links hier. Ja, da ist auch die nächste Haltestelle. Nächster Halt. Alte Frauerei. Ich kann so nicht aufstehen. Ey, du bist doch gerade erst eingestiegen. Du kannst ja nicht schon wieder raus hier. Ey, 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 ey. Warte mal, ich mach mal die Bremse an. Äh, die Rampe raus. So. Ich hasse es, wenn ich so früh aufstehen muss. Ist er jetzt raus? Ich brauche keine Fahrkarte. Ja. Raus ist er. Ähm. Ja. Fahrkarte für eine ganze Woche. Dann noch Student. Okay. Sechs Euro. Bitteschön. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Woche. Gut. Danke. So, und jetzt mach das, dass du wegkommst, nach hinten. 28 Euro hat er mir gegeben. Was ist mit euch, Leute? Wollt ihr nicht einsteigen? Ihr steht ja nur so doof rum. Das ist gut. Okay. Gut, dann fahre ich ohne euch. Ach so, die Rampe. Winter der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch echt so gespannend. Ach, hör mir auf mit Winter der Leidenschaft. Langsam geht mir das echt auf den Sack hier, was ihr erzählt. Immer wieder das Gleiche. Mit euch. Oh. Nein. Oh, das war knapp. Ui. Ui. Hallo, ich hab doch geblinkt. Müsst ihr doch sehen. Nehmen wir zum Zimmermannstor. Hauptmann. Zum Zimmermannstor. Ich frag mich, wie die Strecke bei Nacht aussieht. Schön beleuchtet. Das ist bestimmt auch geil. Ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen. Ja, du hättest so einiges nicht essen sollen, mein Freund. Oh. Oh je. Ja, wir wollen keinen Schaden heute verursachen hier. Und einmal eine Strecke perfekt abfahren. Ich hoffe mal, klappt irgendwann. Oh, sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Wir sind jetzt beim Zimmermannstor, Hauptbahnhof. Ich glaube, danach geht's zum zentralen Omnibusbahnhof. Und dann haben wir die Fahrt erledigt. Ja. War auf jeden Fall schön, mal durch die Altstadt zu düsen hier. Gefällt euch auch die Altstadt, Leute? Lasst es mich wissen. Guten Tag. Hallo. Ja, komm rein, du da mit dem schönen T-Shirt. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Klar, Oma, kriegst du. Du kriegst eine Fahrkarte. Danke. Bitte schön. So. Wollen wir nochmal die Fahrkarten kontrollieren? Ich denke schon, ne? Ähm. Na klar. Oh, es sind mal einige Leute jetzt hier drin. Ja. Tut mir leid. Ich muss sie verloren haben. Ich dachte, ich hätte... Ey, zwei Stück schon. Hier ist die Fahrkarte. Vielleicht erwischen wir noch ein. Hier ist ein Foto meiner... Rücken die Daumen, Leute. Ja. Ich muss sie verloren haben. Na klar. Was sind denn deine Ohren? Hast du nicht gerade bezahlt erst? Hier, bitte. Aber die sehen ja eh alle gleich aus. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Von euch beiden Zwillingen habe ich das schon? Hier. Was? Ach so, hier. Ey, ey, ey. Na klar. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ja, aber von ihm nicht hier. Klar. Oh. Boah. Boah. Fünf... Nee. Vier oder fünf Stück haben wir jetzt erwischt, ne? Ey, 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 ey. Also, so viel hatte ich, äh, noch nie auf einmal. Das gibt gut extra Geld. Aber hier kein Fußgänger, ne? Ich hoffe mal nicht. Einmal habe ich ja eine richtige Oma umgeplästert. Aber die habe ich auch gar nicht gesehen. Weil die kam aus dem Nichts auf einmal. Da. Da ist einer zum Beispiel. Ui, ey, ey, ey. Da muss man höllisch aufpassen, Leute. Falt hier ein Fußgängerplatz, kostet euch da 20.000 Euro. Und, ähm, nun ja. Das versaut euch dann, äh, einmal die komplette Strecke. Dann habt ihr, ähm, nichts eingenommen. So, jetzt müssen wir da hinten. Hinten links, ne? Oh Mist, ich habe vergessen fürs Abendessen einzukaufen. Naja, dann gibt's eben Pizza. Ja, auf eine Pizza hätte ich auch jetzt voll Bock. Große Thunfisch ohne Zwiebeln. Extra Käse, Knoblauch und Schaf, bitte. Wie gesagt, in, äh, zehn Minuten habe ich Feierabend circa. Da kannst du mir vorbeibringen. Das wäre nett von dir. Ah, Zedrale, Zedrale, genau. Und danach sind wir, äh, beim Zentral-Omnibus-Bahnhof. Zieh dir den ganzen Abfall an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Tja, weil ihr euch auch nicht um euren Müll in meinem Bus kümmert. Freundchen. Ich muss jedes Mal, wenn die Strecke abgeschlossen ist, euren Müll aus meinem Bus, äh, entsorgen. Findet ihr das schön? Nee, ne? Da sagt er nämlich jetzt gar nichts mehr. Da vorne ist die Kathedrale, glaube ich. Sieht zumindest so aus. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber es ist eine schöne Strecke. Die gefällt mir. Wäre jetzt nichts für den großen Bus. Oh, Pflastersteine. Man hört's. So, meine Freunde. Hier ist die Sightseeing-Tour mit KG. Auf der rechten Seite befindet sich die Kathedrale, wie ihr seht. Die wurde irgendwann erbaut. Ich weiß es nicht, wann. Äh, könnt ihr im Internet googeln. Aber jetzt geht's schnell weiter, denn, äh, wir haben keine Zeit. Aber wir halten kurz hier mal. So. Na, schlechte Halteposition interessiert mich doch nicht. Hauptsache, die Leute können raus, können neu einsteigen und bezahlen. Oder auch nicht. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Mhm. Zwei Stück. Sehr gut. 15,60 Euro. Okay. Ja. Irgendwie ist heute nicht mein Tag. Ich gebe, äh, schon bestimmt drei, viermal zu viel raus. Aber gut, Leute. Dann fahren wir weiter zum Omnibus-Bahnhof. Geradeaus, ja. Genau. Nächster Halt. Zentraler Busbahn. Endstation. Ja, Endstation. Oh, das sieht hier richtig nice aus. Was befindet sich denn auf der rechten Seite? Gar nichts. Nur ein kleiner Park. Ja. Schön, schön. Hier sind Sachen, die haben wir noch gar nicht gesehen im ganzen Spiel. Der Fein hier. So. Hier. Nicht. Die nächste. Ja, das kriegen wir hin. Stimmt, hier vorne ist irgendwo der, äh, Omnibus-Bahnhof. Die Ampel grün, ne, ne? Ne, der Zebrastreifen, der ist grün, die Ampel. Komm, gib Gas. Boah, wir haben vier Minuten plus. Das ist perfekt. So. Lass mich bloß links hier abbiegen. Und die nächste rechts. Und dann, glaub ich, wieder rechts. Dann sind wir da. Freunde der Sonne. Oh. 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 Hier wieder rechts. Einmal hab ich hier direkt, äh, vor dem Hauptbahnhof auf dem Zebrastreifen, ähm, irgendjemand umgeplästert auf dem Zebrastreifen. So, wo ist die Haltebuch 1? Ach, ganz am Anfang. Okay. Fahren wir mal dahin. Dann dürften wir auch schon fertig sein. Oh, oh, oh. Okay. Alle aussteigen, meine Damen und Herren. Ähm. Ja. Bin ich fast immer eigentlich. Weil ich fahr manchmal wie so eine alte Wildsau. Bis dann. So, habt ihr... Ja. Siehste, äh, was hab ich vorhin noch gesagt? Müll bleibt wieder in meinem Bus liegen. Da kümmert sich keiner drum. Nur ich wieder. So. Strecke abgeschlossen. Wir schauen. Einmal zu spät gekommen. So. 22.000. Super Ergebnis, finde ich. Schwarzfahrgebühr 600. Leute, wir haben richtig gut, äh, viele erwischt. Dann schauen wir mal, ob die, äh, Strecke gezählt wurde. Und das Ziel erfüllt ist, ähm, Streckenplaner. Jawoll, Leute. Wir haben einen Punkt in der Liste abgearbeitet. Die nächsten Punkte kommen in den nächsten Folgen. Beziehungsweise in der nächste. Vielleicht schaffen wir das, ja. Ähm, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr, äh, das Däumchen hochgebt. Haut richtig auf den Like-Button drauf. Ähm. Ähm, abonniert mich, so werdet ihr nichts verpassen. Und wichtig ist, die Glocke aktivieren, Leute. Ansonsten, äh, wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend oder Wochenende, wie auch immer. Ciao, tschüss. Musik 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 Musik